So, das sind die 500 Euro, wie gesagt, es gibt kein Geld, dafür gibt es eine Überraschung, du musst einmal aufstehen, suchst dir bitte vierknackige Männer, die mit auf die Bühne kommen. So, und damit der Rest hier oben ein bisschen ins Schwung kommt, also 500, der junge Dame hier, komm mal aus Bayern, komm mal hier rüber, ja du hoch, komm, 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 ja? Ja, du wirst deine Hüften, nein, 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 wenn du denkst, du brauchst, hast du dich geschnitten, ne, ihr stellt euch bitte hier vorne mit hin, wir brauchen viel Platz, das macht nichts, hast du jetzt vier, du kannst ruhig nach vorne kommen, die Eierkante beißt nicht, nur auf Gefehl, und das kommt extra. Ja, ich habe gehört, hier ist ein Licht aufgegangen, das wage ich aber zu bezweifeln. Du stellst dich einfach mit dazu. So, und die restlichen Gäste bitte ich auch ganz einfach mal, sich zu erheben, alle, doch, doch, ein bisschen mitmach, schau nicht, dass er mir hier einschlaft. Der Herr Kapellmeister, na, kommt wohl das Lasso raus? Wer ist denn die Cindy, Cindy, komm hier hoch? Ihr kennt das Lied? Ihr wisst, was ihr machen müsst? Da war es mir, kennt ihr das Lied? Das Lied ist los, jetzt, hier heht ein Pfeil hoch. Das Lied war ein erstes Mal. Wenn wir jetzt so weiter hochreden, dann prüfe ich, ob da überhaupt was ist. Die Hof an. Die Hof an. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.